Ja Hallöchen, na willkommen zurück, willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online und ich weiß nicht ob man es hört aber ich habe mir mein normales Headset Mikro ist einfach voll für den Arsch und ich habe Silberriste, schön, deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du dir mal ein neues, dann habe ich mir gedacht, nö kaufst du dir doch kein neues, weil bist ja geizig, bist ja ein alten geizigen Sack und das ruckelt mal wieder und hab mir gedacht, ja, was tun ne, wo kriegst du jetzt eins Und dann habe ich mir überlegt, ach warte doch mal, Eska, du bist doch ein alten, verkackten Fregel, was ist das denn eigentlich, wohl ist gar nicht so scheiße Cool, ähm, du bist doch ein alten Horst, du hast doch hier noch so ein SingStar-Ding, ja, jetzt habe ich hier einen formschonen Mikrofonhalter, ein Ikea-Glas, weil ich nichts besseres hatte, also seid froh, dass keine Facecam an ist, das ist ein Traum, sag ich euch Und, ähm, ja, da drin liegt das, eben jenes Mikro und, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus, wie das sich so, ne, wie das so funktioniert, oder Halt auch nicht, ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob das jetzt gut wird oder nicht Wenn's scheiße ist, ist Pech So, sag ich jetzt einfach mal Weil jetzt habe ich es schon angemacht Und das andere Mikro nicht, deswegen habe ich jetzt sogar keine Wahl mehr Und deswegen müssen wir jetzt damit leben, wohl oder übel Was gut ist oder nicht, aber Von dem, was im TS so erzählt wurde, da habe ich es ja schon getastet Huch, da rum ist ja geil Da hört sich das wohl besser an Da ist mein zartes Stimmchen noch viel zärtlich her Oh, mein zartes Stimmchen ist viel zärtlich her Und man kann Die Nuance in meinem Stimmchen vernehmen Und das ist, äh, im Sinne aller Glaube ich Hoffe ich Weiß ich nicht Huch, da geht's in der Wüste Ich wollte eigentlich nur hier irgendwie so ein bisschen Bin ich denn hier? Ach, das ist echt so eine Wüste, das ist ja geil Cool Aber ich will eigentlich Äh, ich will eigentlich Wo will ich denn eigentlich hin? Warte mal Äh Äh Will ich denn hin? Warte mal War Äh Wo ist denn das? War doch irgendeine Quest hier in Hafergut, ne? Genau, ich wollte nach Hafergut Ich weiß aber nicht, weil ich in Hafergut soll Mehr Ich hab's, äh, vergessen Ne? Aber ist jetzt auch egal, weil Machen wir einfach mal Kann man ja mal Kann man ja ruhig mal machen Wofür auch immer Aber das Salamander Okay Einen Salamander Und Möken Oh mein Gott Und noch mehr Salamander Die sind aber cool irgendwie Ich find die geil Ich find die geil Zustand Nur mal so By the way Alter Voll verrückt hier Das, äh Mikro ist jetzt nur Temporär Hier dran Bis ich mir Ein neues Mikro geholt hab Ich hab mir doch schon eins ausgesucht Ich weiß noch nicht Ob's das werden wird Ich weiß noch nicht Ob's ein, ähm Äh Was wollte ich sagen? Ob's ein Ein USB Mikro Nieren Wie heißen die? Nierenoptik? Nieren, Mikro Ich weiß nicht, wie die heißen Egal Ihr wisst, was ich mein Oder ob ich mir direkt Volle pulle Weil ich hab's ja Weil ich bin ja YouTube-Millionär Mit meinen 200 Abos Reicht ja, ne? Reicht für einen Lebensunterhalt Ist klar Ähm Werde ich mir Die sind aber nicht nett Werde ich mir Vielleicht Doch ein Groß Vielleicht doch Ein Großmembran kaufen So einen Rode NT1 Oder Irgendetwas Vergleichbares Was nicht so viel kostet Wobei man dabei So Im Schnitt So um die 200 Schon Bei einem ganz guten Schnitt Irgendwie Ach, Bullen Rasslers Wiese Cool Da ist man schon Auf einem ganz guten Stand Als Gegner? Ach, du Jemini Das sind alles Gegner Ach, du Heiliges Aber da ist ein Wer ist er denn? Was tun wir hier? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Okay Was tun wir hier sollst? Warum? Was macht der hier? Verrückter Typ Okay, wir kommen langsam Richtung Auenland Das sieht auch langsam nach Auenland aus Geht's mal nach Auenland? Doch, es geht zum Auenland Verrückt Ist ja total verrückt Ja, ich ist total Ich ist total verrückt Sag ich euch Schiss ich Total verrückt Und hier ist alles voller Spinnen Und ach, das sieht doch gleich Viel netter aus hier Im Auenland Style Auenland Style Und ich sollte aufhören So eine Scheiße zu Nachtschatten Ne, hab ich auch Ich hab auch einen Schatten Ich hab einen nackt Hoho Nein Ich mach wieder schlechte Witze Und ich hab schon wieder so viel Gelabert Und es sind gerade mal Fünf Minuten um Ach Ah, eine Mühle Guck mal Ach, voll schön Und Speerwerfer Ne, die finde ich nicht schön Okay, gleich kommen wir nach Was ist das da eigentlich? Weinberge Langfußhaus War ich da schon mal? Oder war ich da nicht? Bin ich da schon mal ausgesehen Lange laufen? Könnte das vielleicht sein? Aber den Hafergut war ich definitiv nicht Weil sonst hätte ich nämlich Den Stall Punkt Point Bla Ich weiß nicht, was es heißt Den Sattel Ne, den Sattelmeister Was erzähl ich denn da? Den Scheiße, wie heißt der denn? Stallmeister, ne? Stallmeister heißen die War das so? Sind die Stallmeister? Ich weiß es nicht Ich habe kein Lassenschimmer Ich bin gerade ein bisschen durcheinander Also nicht gerade Sondern mehr so allgemein Aber Jetzt gerade Was war das? Achso, ein gefährlicher Briefkasten Ich denke schon mal Ja, ein Pferde Hinter dem Gesicht So, Hafermehl Probe Was benötigt ihr? Und An den Markt gehen Zack Ein Moment Also alles trifft sich irgendwie hier Darf ich euch einen Moment Eurer Zeit stellen? Und ich muss mit irgendjemand Hugo Irgendwas Und erstmal nehmen wir jetzt Da Das Das holen wir uns Jetzt erstmal So Guten Tag Feste Ach, ich habe gerade Feste Frodo gelesen Ich denke, was Ach, hier gibt es aber überall Schnellreisen Und feste Ach, da oben Ich könnte jetzt hier Ich könnte jetzt hier Und da Und überall Könnte ich jetzt mal eben Mit Schnellreise hin Das ist schön Das gefällt mir Und jetzt gehen wir mal eben Den Typen da Annahmen Weil der ist ja direkt um die Ecke Dann machen wir das auch mal Wenn wir schon einmal hier sind Oder Ich so merke Äh Ach, der ist da oben Ah, da geht es auch Da geht es hoch Da geht es hoch Da geht es hoch Ist eigentlich die Ach, guck mal Ist gar nicht so schlecht Ich habe gerade überlegt Wie denn so die Die Performance ist Weil ich gerade nebenbei Noch Minecraft rende Aber es geht Ist gar nicht mal so kacke Das ist voll Geronimo Was? Geronimo Okay Ich bin so niedrig Ich darf da nicht rein Ich bin 35 Was ist denn das hier für ein Ding? Ist das eine Instanz oder so? Ach, voll geil hier Voll die geile Hobbit Ey, das ist voll cool hier Warum kann man nicht hier wohnen? Ich bin mal hier ein Haus gekauft Nein, geht natürlich nicht Leider Leider geht das nicht Aber das ist geil hier Du hast da was im Nacken? Mücken? Mücken im Nacken? Beißende Sand fliegen Guck, gehen wir mir hin Hat einer eine Ahnung? Was ist denn das hier? Gottes Willen Wo muss ich denn hin? Da oben muss ich hin Okay Ich folge einfach mal der Nee, ich folge der Karte Ich folge auch nicht der Karte Ich laufe einfach irgendwie wild Durch die Gegend Und kratze mir dabei an der Nase Ein Grund mehr Warum ich nie Also nicht nie Aber warum ich Zu wenig Facecam Sachen mache Weil ich mich ständig Irgendwie an irgendwelchen Nicht an irgendwelchen Dingen kratze Gottes Willen Nein Ähm An der Nase kratze oder so Das ist natürlich total Panne So Nordhüttgers Hof Geschein Martom Was benötigt ihr? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Wir haben einen Beruf Martom Geh mal weg hier Martom Hatom Martom Martom Gesellschaft Wir sind Freund Und jetzt gleich Sind wir Immer noch Freund Naja 700 ist jetzt auch nicht die Welt Muss man ja tatsächlich mal sagen Neue Tat Ach guck mal Wanderer von Evendim Aufgaben Achso Ja wie viele? 30 Ja Ist da Billig 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 Helft Daxbau Beim Vorbereiten Der Pasteten Helft dem Helft dem Helft dem Helft dem Ach wie geil ist das denn? Kommen wir nehmen die mal an Aber werden die nicht machen Ist alles hier drin Kann das sein? Oh Gott Das ist tatsächlich alles hier Ach du heiliges Bisschen Okay 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 Ich muss äh Weg Muss ich weg Das ist zwar alles super toll Aber nein 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 Ich hab Ich hab nein gesagt Jetzt Nein Wir machen jetzt erst die Nordhöhen Mann Ja Hier Fünf Was ist voll? Eins Zwei Achso Eins Zwei Drei Äh Äh Ja Quatsch Ich hab doch hier immer noch die Evendim Quest drin Fünf Fünf Tchaka Breland Gibt's irgendwas? Hallo ich hab doch da hingeklickt gerade Manchmal nicht So Wo muss ich denn als allererstes hin? Lass mich mal nicht lügen So die schwarze Irgendwas Okay das ist da Okay das ist da Das ist da Das ist da Das ist dort oben Und das ist dort in der Ecke Okay also muss ich am besten schragen und dann irgendwann anderes Also Port Porten Baby Ist das auch noch schragen? Ja Das ist Soll ich ja mal auf eine andere Position setzen Bei Gelegenheit Meine Nase juckt Mein Gott Schlimm Ah Wieso läuft das Spiel eigentlich so gut auf einmal? Ich hab Okay ich bin jetzt gerade im Ladescreen 60 Frames hab ich da sonst nicht Was denn los? Kann das etwa daran liegen Dass ich Windows 8.1 Und die neuesten Grafikkartentrauber installiert habe Ist das vielleicht möglich Dass das so weit hilft? Was benötigt ihr? Komm ich da nicht hin Amon Rite Amon Rite Amon Rite Amon Rite Amon Rite I wanna Rite I wanna Rite Wir haben's doch Haben wir's überhaupt? Ich glaub wir haben gar nicht so viel Geld mehr Die gibt mir so viel Geld aus Guck mal wie viel haben wir denn noch? Was? Ein Gold? Oh ne Scheiß Ein Gold? Oh fuck Wir haben nur ein Gold Nein Wir haben nur noch ein Gold Alter Ist nicht gut Leute müssen mal sparsam werden Vor allem das ganze Gold auszugeben Da irgendjemand auf meinem Account Hab dich ausgeplündert Das lohnt ja nicht wirklich Sollte man das tun Wer macht denn sowas? So Wir haben es immer quemer hinsetzen hier Ich hoffe man hört nicht Allzu viele von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen Ich hab wie gesagt noch nicht getestet Wie das alles hier so funktioniert Mit dem Mikro und so Also was ich auf jeden Fall Ich muss auf jeden Fall Rauschfilter drauflegen Das ist aber im Prinzip hier Kein Problem Ich weiß nur noch nicht genau Was jetzt wirklich alles kommt Also wenn jetzt vermehrt irgendwelche komischen Knack Und Schmatz So Geräusche Nein Sag ich nicht Irgendwelche anderen Geräusche Das Zum Beispiel hier wenn ich mit meinem Bad spiele Ich weiß nicht ob das hört oder nicht Ist Ne Keine Ahnung Ist halt eben jetzt die Frage an der Stelle Und Ich wie gesagt Das ist jetzt mal ein Test Und ich bin gespannt Könnt ihr mal da lassen Ob das vom Sound her Besser ist Oder ob das jetzt schlechter ist Ich kann es wie gesagt nicht sagen Wenn es besser ist Dann denke ich vielleicht mal Darüber nach Also Ich werde wahrscheinlich jetzt Die meisten Aufnahmen eh nur noch mit dem Mikro machen Aber ich denke Darüber nach Mir dann einen Ordentlichen Ja wie soll ich sagen Einen ordentlichen Mikrofonhalter mal zu Nicht B Sondern R stellen Oder vielleicht auch R Und nicht B stellen Ich weiß es noch nicht Müsste man mal schauen Absitzen Dann machen wir das Ganze mal von Hand So und wir reiten jetzt zuerst nach da Nach da Das ist nämlich Welche Quest Welche Quest Die Ruinen von Artedain Ist das denn noch die Quest Okay Watt 1200 Oh Hederinge Hm Ach komm scheiße Mit Trillen Münzen setzen wir dafür nicht ein Dafür war nicht zu teuer Wir haben zwar noch genug Punkte Aber Ne Da sammle ich das Zeug lieber Achso Krabmenian Da horte ich den Krab lieber Und äh Gib den mal für irgendwas Sinnvolles aus So Moria oder so Also ne Adon Oder äh Neue Klassenplätze Oder wie auch immer die Dinger heißen Ja oder Tugenden Oder irgendwie sowas Ne Ihr wisst was ich mein Und äh Ja Willkommen in Minas Vrun Und gleich Geht es weiter Ja 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 Ich bin Ja Bis zum nächsten Mal.